So ein Abschnitt ist ein Trauerspiegel, das ist mir ja auch klar. Doch wir sind nun mal alle dran. Scheiße, aber wahr. Also lebt die Zeit, du mir noch hart. Sag mal, was du willst? Aber den würde ich nicht tun können. Den Arzt zu strecken. Der Winnie kriegt das Video ja nicht. Hey, gib ich dich. Könntest du wohl aufzufilmen? Könntest du wohl aufzufilmen? Warum? Na ja, gut, für mich ist das schon in Ordnung. Ja, nur gucken, was ich da noch fand.